Wenn ich diese eine Sache früher wusste, hätte mir das so unfassbar viel Zeit erspart. Vielleicht kannst du es reinlassen. Wir werden auf diese Erde geboren, dieser Verkörperung und wir haben komplette Amnesie. Wir haben keine Ahnung, was wir hier eigentlich sollen, warum all diese Dinge uns passieren und ganz gleich, welchem Lehrer du folgst oder was du so glaubst, wieso, weshalb, warum diese Dinge in deinem Leben passieren. Und es gibt eine einzige Frage, die du dir stellen darfst. Wer bin ich jetzt in diesem Moment, wenn ich das glaube? Wer bin ich jetzt? Wie denke ich? Wie fühle ich? Wie gehe ich raus? Und du bekommst diesen einen Körper, diese Identität. Du wirst in ein Geschlecht, in eine Gesellschaft, in eine Religion vielleicht, in einen Status hineingeboren. Und du hast als einzige Aufgabe, dich zu erinnern, wer du eigentlich bist, wofür du eigentlich hier bist. Und du bekommst Aufgaben in diesem Leben. Und diese Aufgaben haben nicht als Grundlage, dass sie dich glücklich machen sollen, sondern dass du expandieren sollst als Seele. Du sollst lernen. Und du bekommst diese Lehraufgaben immer und immer wieder bis zu dem Moment, an dem du gelernt hast. Ich werde so häufig in meinem Raum gefragt, wann geht diese Angst endlich weg? Wann geht dieses Overthinking endlich weg? Wann geht diese Wut endlich weg? Diese Verletzung? Und die Antwort ist, sie wird dann gehen, wenn sie dich gelehrt hat. Wenn du verstanden hast. Und dann gibt es so viele, die sich auf ihrem Weg erzählen, es gibt hier nichts mehr für mich zu lernen. Ich habe alles erlebt. Ich habe alles gesehen. Kann ich jetzt bitte nach Hause? Kann ich bitte an einen anderen Ort? Und die Wahrheit ist, wenn du noch hier bist, dann gibt es einen Grund dafür. Nichts in diesem gesamten Universum passiert ohne Grund aus einem Fehler und Missverständnis heraus. Wenn du hier bist, dann gibt es einen Grund dafür. Wenn du Challenges durchlebst, dann gibt es einen Grund dafür. Und dieser Grund ist Perfektion. Es ist nicht immer das, was du willst, aber immer das, was du lernen darfst, um zu dem Menschen zu werden, der all das hat, was er will. Und du kannst dich natürlich ausklinken aus diesem Prozess und so werden, dass es dich alles nichts mehr angeht und dass du nicht mehr weiter wachsen möchtest. Und das ist auch okay. Aber das Leben hat einen so viel längeren Atem als du. Du kannst diese Runde namens Leben immer wieder und wieder drehen, bis du es gelernt hast. Und wir denken häufig, wir haben die Option, wenn wir Herausforderungen bekommen, entweder ich nehme sie an oder ich nehme sie nicht an. Aber das ist so ein Denkfehler. Die wahre Option, die du hast, ist, ich nehme es jetzt an oder ich nehme es später an. Und das ist deine Wahl. Und vielleicht als letzte Sache, die mich so sehr weitergebracht hätte, wenn ich das mit 20 oder mit 30 gewusst hätte, ist Folgendes. Anstatt in der Nostalgie der Vergangenheit festzustecken oder in dieser Erwartungshaltung der Zukunft. Dieser jetzige Moment birgt alles in sich, was es braucht. Alles. Wenn du es schaffst, wenn du es schaffst, in diesem Moment zu sein. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Video aufnehme. Ich denke nicht an die nächste Minute, an meine nächste Aufgabe, an das, was jetzt gerade ansteht. Sondern ich bin hier. Jetzt. Und das ändert so viel im eigenen Leben, wenn du die Dinge so angehst, dass du wirklich da bist. Anwesend. Ja, mit Körper, Geist und Seele. Anwesend. Und dann wirst du auch beginnen, diesen Kanal zu dir freizuräumen, in dem alle Antworten vergraben liegen, die du jemals gesucht hast. Die sind nicht da draußen. Die Erfüllung liegt nicht da draußen. Die Erkenntnis liegt nicht da draußen. Und ja, alle Dinge, die dir so begegnen, die dich triggern, alle Dinge, die du verehrst, die du liebst, die haben nichts mit dem da, der da zu tun, sondern nur mit dir. Ja, ja. Und das wollte ich einmal mit dir teilen. Und ich weiß, wie schwierig dieser Weg auch manchmal sein kann. Und wenn du jetzt sagst, ich will mich auf diesen Weg machen und da sind so viele blinde Flecken, so viele Blockaden, an die ich alleine nicht rankomme, dann melde dich.